Apple? Warum sind wir eigentlich da? Hey, doch, warte doch ein bisschen. Wir müssen erstmal doch ein bisschen fahren. Oh Mann, ich hab doch keine Lust mehr. Warte doch mal. Sind wir jetzt da? Oder was? Ja, jetzt sind wir da. Endlich. Los, steigen wir aus. Ja, los. Wow, wie schön. Apple, steckst du aus? Wow. So. Endlich. Endlich. Endlich sind wir hier. Ja. Ja. Endlich. Da ist Ashlyn. Wo? Da. Ja. Kommst du jetzt? Ja, ich komme. Komm. Ja, komm. Endlich seid ihr da. Ich habe schon auf euch gewartet. Ich habe schon auf euch gewartet. ja, dass es so cool ist. Ja. Da hast du recht, Apple. Was guckt ihr denn so? Nehmt euch ruhig was. Ich habe sehr viel Essen mitgenommen. Oh, das wird bestimmt echt lecker schmecken. Ja, bestimmt. Ich nehme hier mal was. Mh, das sieht aber lecker aus. Mh, das sieht aber lecker aus. Mh, lecker. Ashlyn. Mh, das schmeckt einfach mega. Ich würde das tausendmal trinken. Und was sollen wir jetzt machen? Vielleicht Fotos von uns machen. Ja, das ist eine coole Idee. Los, schnell, das ganze Essen weg und... Fotoshooting! Weg, weg, weg. Faktik!